Hi zu Fragen an Fräulein Grün. Das heutige Thema, Herbstzeit, ist Hagebuttenzeit. Die wachsen jetzt überall und die Frage, die mich erreicht hat, ist, wann soll ich denn jetzt Hagebutten sammeln? Manche sagen vor dem Frost, manche sagen nach dem Frost. Im Grunde ist es ganz einfach, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt etwas für die Erkältungszeit haben, ihr wollt die Frucht mit einem sehr hohen Vitamin C-Gehalt einfach konservieren, dann sammelt sie vor dem ersten Frost, weil nach dem ersten Frost wird die Frucht weicher, sie wird süßer und dann ist sie ideal, um Hagebuttenmarmelade oder auch ein Mousse zu machen. Also die Grundregel gilt, Vitamin C vor dem Frost sammeln, Genuss nach dem Frost sammeln. Soweit die Infos zur Hagebutte. Eure Fragen, ich freue mich drauf, einfach eine Mail an fragen.fräuleingrün.com. Ciao!